Die Agentur hat mich geschickt, Sir. Es wurde mir zu verstehen gegeben, dass Sie einen Butler benötigen. Es ist ein Präparat, das ich selbst erfunden habe. Und viele Gentlemen haben mir versichert, sie würden es nach einer langen Nacht als äußerst belebend empfinden. Sie sind engagiert. Danke, Sir. Mein Name ist Jeeves. Du brauchst einfach eine starke Hand. Brauch ich nicht. Wirklich nicht. Ich... Oh, doch, doch. Das viele Geld lastet wie ein Fluch auf dir. Du verschwendest dein Leben mit Vergnügungen der frivolsten Art. Arbeiten Sie, Mr. Worcester. Ob ich so ärztet, ich meinen Sie? Na, mein lieber Oswald, wie geht's? Ganz gut. Nettes Plätzchen hier. Ja, ganz gut. Ja, angeln gefällt dir, hm? Ja, ganz gut. Was tut er hier? Du hast nächste Woche Geburtstag. Ich hoffe, er ist nicht als Geschenk für mich gedacht. Ha, ha, ha. Hey, pass auf. Ha, ha, ha. Zum Duke of a Purs, man. Schlau! Ich hatte gerade das bestimmte Gefühl, eine Katze miauen zu hören. Entweder hier im Raum oder in der Nähe. Oh, wahrscheinlich war es nur ein Taxi. Na gut, was wir hier jetzt tun werden, Jeeves, ist, den Ball flach in Hasenohrenhöhe durch die Sträucher zu jagen. Na gut, was geht's? Ja, gehen wir auf den communicatedetten, Jeeves, ist, den Ball-Suất hier nicht mit Giff aus der R respectedten freige Verfügung. اف Untertitelung des ZDF, 2020